Hallo Elias, es hieß, der Trainer hat auch einen gewaltigen Schritt oder eine gewaltige Rolle gespielt, dass du nach Frankfurt gekommen bist. Ich glaube, ihr habt euch auch mal über Französisch ausgetauscht im Videocall. Kannst du darüber was erzählen, wie das so gelaufen ist, wie sehr er sich ins Zeug gelegt hat? Ja, natürlich. Wie ich habe gesagt, wir haben viel gesprochen zusammen. Und ja, er kann auch eine sehr gute Französisch sprechen. Das war auch gut. Und mein Gefühl war gut, wenn wir gesprochen haben. Er will einen schönen Fußball mit Intensität, mit Qualität. Und ich habe das Gefühl, dass für den Trainer und auch für den Verein ich hier wichtig sein kann. Und ja, ich will das. Ich will spielen. Ich will helfen, diese Mannschaft, diesen Verein. Und ja, mein Gefühl war sehr gut mit dem Trainer. Er war auch wichtig für meine Entscheidung. Antichedul.